Boah, schau mal dahin. Da ist was versteckt. Achso, schau dir das mal an, Mann. Geil. Ich komm da nicht rein. Wie kommt man jetzt hier wieder raus? Gar nicht, oder? Da geht's nicht rein. Das ist mit Absicht so gemacht. Ah, was ist denn das für ein Scheiß? Ah, hier, guck mal da an. Das ist unsere Höhle. Unsere Stathöhle ist das. Ey, wir sind so doof, Mann. Okay. Ab geht er, der bäh da. Darf ich fliegen? Ja. Ja, nochmal. Bist du schon drin? Ja, hier. Oh ja. Was ist denn die Wack? Mach hier. Ja, scheinbar so. Hä? Boah, schau mal dahin. Wo? Da ist was versteckt. Siehst du das? Ja, geh runter. Hier. Dann geh doch runter. Ja, mach ich doch. Immer locker bleiben hier. Ach, schau dir das mal an, Mann. Geil. Aber da müssen wir nicht hin. Aber da unten ist jemand, mit dem wir reden könnten. Können wir uns schon mal holen. Ich komme da nicht rein. Doch, jetzt bin ich da runtergefallen, Mann. Wie kommt man jetzt hier wieder raus? Gar nicht, oder? Klar. Und hier ist noch total kein Weg rein. Doch, hier. Nein, nicht reinfallen. Bist du drin? Nein. Oh, Mann. Da geht's nicht rein. Das ist mit Absichtzug gemacht. Von hier aus kannst du da reinfallen. Vielleicht nicht tot. Nee, lass gut sein, Mau. Wo ist denn die Missionen jetzt hier? Warte mal, hier lang. Komm mit. Ich habe den Eingang gefunden. Aber wo ist denn die aktive Mission? Ja, die ist weg. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht den Eingang gefunden. Warte. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich dachte, da ist er. Hier ist aber auch ein Tierer gewesen. Ja, das ist da in der Höhle drin. Sprechen Sie mit Schulz? Der ist in unserer Anfangshöhle. Ja, das ist hier. Hä? Ah, nee. Wir haben jetzt die Informationen über Chase Gell gesammelt. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurückfliegen. Nö, müssen wir nicht. Wo ist denn die Mission von Granitnetz? Warte mal, ich schaue mal nochmal hier. Gehe ich mal auf Missionen. Chase Gell. Ist ja hier und wo ist er. Jetzt habe ich ihn wieder neu gemacht. Ist aber nicht da. Aber was ist denn das für ein Scheiß? Wir müssen hier den Eingang finden. Der ist da bestimmt drinnen. Nein. Die Missionen nochmal und dann aktiviert werden. Ich gerade. Ich habe die Missionen auch schon gemacht. Warte, ich markiere nochmal. Ich deaktiviere, jetzt habe ich deaktiviert. Ja. Und jetzt aktiviere ich. So, kann ich anfangen. Wie zurück? Schreibt man hier. Schreibt man hier. Wo ist der? Und nochmal wieder in eine andere Richtung. Ich hänge hier fest. Boah, ich bin da. Bleibt cool. Ja, der weiße Punkt auf der Karte ist es. Warum? Ich weiß. Weil wir schon dort sind. Aber wo ist der Eingang? Da. 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 Ah, ah, ah. 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 Ich würde mal behaupten. Ja, da fliegst du jetzt mit dem Heli rein oder was. Klar. Ah, ah. Und parken wir hier einmal hier? Oh. Ah. 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 Ich bin ausgestiegen. Alter, da kann man nicht rein. Ich habe voll die Grafikfehler, voll die Bugs. Da kann man nicht rein. Lass, nehme ich mal wieder mit. Da ist eine unsichtbare Wand. Ja, bleib halt ruhig. Vielleicht noch weiter runter. Ah, hier, guck mal, da ist nichts. Doch, bleib mal stehen, da ist der Eingang. Das ist unsere Höhle, unsere Starthöhle ist das. Ey, wir sind so doof, Mann. Das sind die Oberloops. Willkommen to Midtown. Loops und Pils 4. Was kann ich machen? Genau, sei aber. Bitch. Warum kann man eigentlich hier in der Höhle nicht so schnell laufen wie draußen? Können wir doch mal. Ne, aber nicht so schnell. Nur so ein bisschen schneller. Ja, hier hätten wir uns auch herbeameln können. Ja, ich wusste nicht, was da noch hier ist. Ja, mi, mi, mi. Warte, ist behindert. Ja. Wir hätten auch noch Nebeneinsätze. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ich spreche nicht mit einem Fox, wer ist ein Fox? Musst es kurz anschauen, gell? Schauen zum Fox Ach ne, ich will ja meine Mission Wir können machen was wir wollen Das ist ein Rebellen Genau Machen wir doch gleich die Endmission Ja Und dann verkaufen wir das Spiel wieder Alles gesehen, okay, tschüss Ja komm mit dem Fox rüber Lass mich doch jetzt das Geschichte hören Vor allem ist diese scheiße englisch, ich check gar nix Warum? Weil ich kein englisch kann sowas Nein, warum ist mein englisch? Wie bitte? Ich hab's versucht heute, okay Versuch's einfach jetzt noch Nein, jetzt versuch ich gar nix Doch, mach mal Das ist der Kacke, wenn du kein Wort verstehst Das ist mir jetzt egal, morgen probier ich das So Was ist jetzt? Sprechen sie mit Fox? Ich hab doch grad mit ihm gesprochen Nein, mit Fox Achso, das ist ein anderer, da holst der Da hinten Ja, warte auf mich Da muss ich da jetzt wieder eine Geschichte anhören Aber irgendwie ist das ganz anders Früher konnte man einfach losmarschieren und alles töten Und hier muss man immer dahin sein Komisches Camp rein und dann wieder laber, laber, laber Blablabla